Eines der wichtigsten Zubehörteile, das Sie für Ihre Explo-Anlage brauchen, ist das Bootloader-Kabel. Mit diesem können Sie Shows und Firmware-Updates auf Ihre Explo-Geräte übertragen. Das Bootloader-Kabel benötigt einen eigenen Treiber, um benutzt werden zu können. Wie Sie diesen installieren, erklären wir in diesem Video. Um die Schritte aus diesem Video selbst ausführen zu können, brauchen Sie natürlich einen Computer und ein Bootloader-Kabel, das Sie für die Installation des Treibers nicht an Ihren Computer anschließen sollten. In der Beschreibung finden Sie einen Link zur Download-Seite auf expo.at. Oder Sie dirigieren auf expo.at zu Software und Control und hier zu Autoshow. Scrollen Sie ein wenig nach unten, dann finden Sie die Schaltfläche Downloads. Hier befindet sich unter anderem der Treiber-Bootloader-Kabel. Ich speichere also die Treiber-Datei und öffne den Download-Ordner. Die Datei, die ich erhalten habe, ist ein ZIP-Archiv, das ich zuerst extrahieren, also auspacken muss. Dazu klicke ich die Datei mit der rechten Maustaste an und wähle aus dem Kontextmenü Alle extrahieren. Jetzt kann ich ein Zielverzeichnis für die Entpackdateien wählen. Wenn das Entpacken erledigt ist, öffnet sich das Zielverzeichnis, wo ich dann die Installationsdatei auswählen kann. Für aktuelle 46-Bit-Windows-Systeme benutzen Sie das System X64. Für 32-Bit-Systeme steht noch eine X86-Version zur Verfügung. Ein Doppelklick startet die Installation. Es öffnet sich zuerst Informationsfenster, das ich mit Weiter bestätige. Das folgende Fenster ist eine Abfrage, mit dem Sie die Lizenzvereinbarung zur Nutzung des Treibers akzeptieren müssen, um fortzufahren. Ich stimme also zu und fahre mit Weiter fort. Der Treiber wird jetzt installiert und es erscheint dann die Information, dass die Installation abgeschlossen wurde. Ich klicke auf Fertigstellen und schließe damit die Installation ab. Sie werden in Autoshow für Übertragungen den Comport des Bootloader-Kabels angeben müssen. Um herauszufinden, welcher Comport das ist, schließen wir zuerst das Bootloader-Kabel an den PC an. Jetzt öffnen Sie den Gerätemanager. Am einfachsten finden Sie den Gerätemanager, indem Sie in der Suche Gerät mit Gerätemanager eingeben. Sie erhalten dann schon den Vorschlag für den Gerätemanager. Ich öffne den jetzt mit einem Doppelklick. Es öffnet sich das Gerätemanager-Fenster. Suchen Sie hier die Zeile für Anschlüsse und klicken Sie darauf, um den Bereich zu erweitern. Hier sehen Sie in der Zeile mit der Treiberbezeichnung Silicon Labs CP210X, dass der dafür vorgesehene Comport in diesem Fall Com8 ist. Den Comport, den wir gerade nachgesehen haben, brauchen wir in Autoshow an unterschiedlichen Stellen, beispielsweise für die Übertragungen von Firmware-Updates. Wenn ich den Menüpunkt Upload Firmware öffne, so bekomme ich ein Dialogfenster, bei dem an erster Stelle der derzeit eingestellte Comport steht. Wenn dieser nun nicht mit meinem korrekten Comport übereinstimmt, klicke ich diese Schaltfläche an und kann nun in einem kleinen Pulldown-Menü den richtigen Comport einstellen. Also Com8 in meinem Fall und bestätige mit OK. Jetzt ist mein Comport korrekt eingestellt. Eine weitere Einstellung finden Sie zum Beispiel auch noch, wenn Sie das Device-Fenster öffnen und die Schaltfläche für die Settings anwählen. Hier links sehen Sie gleich eine Schaltfläche, mit der Sie wieder den Comport einstellen können. In diesem Fall, wenn Sie den Explo-Stick benutzen möchten. Damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres kurzen Tutorials angekommen und ich hoffe, dass wir Ihnen vielleicht bei einigen kleinen Hürden helfen konnten. Wenn Sie weitere Tutorials wie dieses sehen möchten, denken Sie daran, unseren Kanal auch zu abonnieren.